Stellen Sie sich vor, Ihre Bekleidung würde nach dem Tragen nicht im Müll enden, sondern sich in der Umwelt biologisch abbauen und Nährstoffe für den Boden erzeugen, um so den Kreislauf der Rohstoffe wieder zu schließen. Das ist nicht erst in der Zukunft möglich, sondern genau das steckt hinter dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept. So schaffen wir es, Abfälle vollständig zu eliminieren. Aus diesem Grund bietet BrandsFashion eine individualisierbare Kollektion aus biologisch abbaubaren Materialien, um zu zeigen, dass eine andere Art von Textilindustrie möglich ist. Zusammen mit den Cradle-to-Cradle-Experten der EPA GmbH wurden alle einzelnen Materialien und Chemikalien der Kollektion geprüft und so ausgewählt, dass das Textil bei der Produktion, während der Nutzung und für das Recycling gesund und sicher für die Umwelt und den Menschen ist. Nur so wird das Zurückgewinn der Rohstoffe garantiert und unsere Umwelt positiv unterstützt. Gesund für die Umwelt, gesund für uns Menschen. Bei Cradle-to-Cradle geht der Nachhaltigkeitsgedanke über das Produkt hinaus. In den Produktionsländern wird auf den Einsatz und die Erzeugung erneuerbarer Energie, den Erhalt und die Optimierung der Wasserqualität sowie Förderung sozialer Gerechtigkeit geachtet. Werden Sie mit BrandsFashion Teil der Lösung. Gestalten Sie mit uns Ihre individuelle Kollektion, die weder Mensch noch Natur ausbeutet, sondern nachhaltig prägt. Ob T-Shirts, Polo-Shirts, Hoodies oder Community-Masken. Gemeinsam entwickeln wir Produkte in Ihren Farbwünschen, Branding durch Prints oder Stickereien. Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern durch verantwortungsvolles Handeln ab. Steigern Sie mit BrandsFashion Ihre Reputation und binden Sie durch zukunftsorientiertes und innovatives Handeln Ihre Mitarbeiter und Kunden.